Los geht's! Ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer des IPC-Wackups in Finsterau. Ich finde es immer wieder grandios, wenn auch Menschen, die ein Handicap mit sich rumtragen, sich sportlich betätigen und so grandiose Leistungen schulbringen wie ihr. Und aus eigener Erfahrung kann ich natürlich auch sagen, dass die Wettkampfbedingungen im bayerischen Wald eine Sensation sind. Deswegen wünsche ich euch mega viel Spaß, super Wettkämpfe, sehr, sehr faire Wettkämpfe und möchte mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal bei allen Helfern und Ehrenamtlichen Beteiligten bedanken, dass das alles auf die Wege gebracht werden konnte und so durchgeführt werden kann. Danke!